Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute kommt wieder Spirit Verliebt und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Den letzten Teil findet ihr dann da oben in diesem Readings da. Und ja, danke nochmal für 1535 jetzt aktuell 35. Ja, ist gut. Äh, ja, aber ihr müsst immer so machen, dass 10, dass ihr immer 10, jetzt steht ja 1550. Aber das stimmt gar nicht. Dann müsst ihr immer 20 oder sogar 10 zurückzählen. Also, damit ihr die sozusagen echte Abo-Zeit wisst. Naja, let's go. Am nächsten Morgen. Wusstet ihr, dass Sophia heute weggegangen ist? Was? Och nein. Irgendjemand vertritt uns. Naja, nicht vertritt uns, sondern irgendjemand vertritt sie. Ja, Spirit. Und ich muss immer noch mit Fee reden. Oder mit auch Candy. Naja, wie immer. Gut, ich sag's ihr mal. Hey Candy, wollen wir, wenn wir auf der Koppel sind, reden? Ja, gerne können wir das machen. Dann kann ich dir meine Rache, dann kann ich dir etwas erzählen. Ja, genau. Über Blumen. Ja, genau. Ach, denn ich muss dir auch noch etwas erzählen. Oh Gott, was soll ich zum Blossensagen? Was soll ich zum Blossensagen? Oh Gott, ey, ich bin Volkerwirt. Wenn wir zusammen auf die Koppel kommen, dann können wir auch ein bisschen reden. Klar, gerne. So machen wir es. Ja, so machen wir es. Hat jemand an mich gedacht? An mich? Hallo. Wir können ja auch noch in der Koppelpause reden. Hallo, ich bin die Hannah und vertrete jetzt mal Sophia. Okay, ähm, sie hat erzählt, dass ihr mal nochmal auf den Koppelgang gehen sollten. Und Blossom und Handy oder auch viel. Ich habe euch doch nicht auf die große Koppel gelassen, weil ich dachte, dieser kleine Padding reicht ja, denke ich, auch ganz aus. Oder nicht? Ja, egal. Ich gebe euch 20 Minuten, 30 Minuten, keine Ahnung. Also, was hast du zu... Was hast du zu Spirit gesagt? Etwas. Du hast gesagt, dass ich ganz gemein bin. Ja, das kann sein. Das stimmt aber auch. Hallo, ich habe dir nichts getan und dann erzählt sie irgendwelche Lügen. Ja, darf jeder doch so, wie er will? Oder nicht? Blossom, weißt du, ich dachte, wir wären erstmal ganz gute Freunde. Aber jetzt bist du... Jetzt bin ich was. Ähm, du bist eine Nervenwege. Ähm, und warum? Er hängt dann dauernd mit diesem komischen Spirit zusammen. Wusstest du, ich mag ihn auch ganz gerne. Ähm, dann kannst du doch auch irgendwie ihm das sagen. Es macht doch jetzt auch keinen guten Eindruck, wenn du lügst. Ja, kann sein. Trotzdem, ich will, dass du schlecht aussiehst, nicht ich. Und das war's mit unserer Freundschaft. W-was? Ja, vorbei. Wir beide. Das kannst du nicht machen. Doch, ich mach's, wie ich's will. Oh Mann. Gut, dann sind wir halt keine Freunde mehr. Hast du selber davon. Wir werden Feinde werden. Große Feinde. Glaub mir. Oh Mann. Ähm, ja. Wenn ich endlich mal auf deine Koppel will kommen. Ja, und... Weißt du, es war echt doof mit dir und Spirit. Hast du's nicht verstanden? Ich mag dich nicht mehr. Mann, das muss man doch verstehen können, oder nicht? Ja, aber trotzdem. Das könntest du vorher ankündigen, oder so. Kann nicht. Muss ich aber nicht. Volltrottel. Und was du auch immer noch bist. Mann. Hab dir doch gar nichts gerade getan. Naja. Egal. Dann hol ich euch wieder runter. Hey, Fe. Wie soll ich dich eigentlich nennen? Candy oder Fe? Ist egal. Aber... Spirit hat... Was... Äh... Blossom hat, was ich haben will. Und Spirit hat, was ich haben will. Also, machen wir einen Plan. Gemeinsame Rache. Klingt gut. Ja. Ja, das machen wir. Wir lassen beide schlecht aussehen. Und dann? Ja, das ist eine super Idee. Abgemacht. Ja. Abgemacht. Gut. Dann sehen wir uns. Ähm. Hey, mein Freund. Seit wann bin ich bitte denn Freund? Naja. Ich dachte, wir können ja trotzdem Freunde sein. Nein, können wir nicht. Und außerdem, Blossom ganz gemein. Das alle von ihr. Ach, weißt du? Deswegen haben wir uns getrennt. Ähm. Okay. Ja. Ist so. Du solltest etwas mehr über sie erfahren, bevor du... Du weißt schon. Aber ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Oder... Was, wenn es wahr ist? Was ist, wenn ich einfach zu dumm bin und falsch an der Wahrheit liege? Wir werden schon sehen, mein Freund. So, Blossom, jetzt seid ihr dran. Hey, Spirit. Was ist? Wir waren doch erstmal beste Freunde. Warum bist du jetzt so gemein? Ich bin doch gar nicht gemein. Alle sagen, dass du voll gemein wärst. Und was bin ich jetzt auch dran, so zu glauben, wenn das jeder sagt? Verstehst du es nicht? Verstehst du nicht den Hinterhalt da dran? Ähm. Wie? Oh Mann, du bist so... Na gut, egal. Ich will es nicht sagen, aber... Candy will dich. Candy will dich. Und... Dieser komische Äpfeldänzer, oder wie auch immer heißt. Will mich. Verstehst du es nicht? Das erkennt doch jeder sofort. Sie wollen einen Racheplan zusammen machen. Oder so ähnlich. Sie wollen uns trennen. Daran hab ich noch gar nicht gedacht. Ja, gut. Alles gut. Wirklich? Ja, alles gut. Gut zu wissen, denn ich will nicht getrennt werden. Ja, alles gut. Dass ich vorübergehend in Spiritsbox konnte. Sonst hätte ich das nicht beobachtet. Ja, zwei kleine Schleimer. Aber es regt mich so auf. Okay, wollen wir jetzt schon mit dem Racheplan anfangen? Ach, das machen wir. Okay, was können wir uns Gemeines überlegen? Hm. Mit einer anderen Schute. Oh yeah. Ja. Ich hab los mit einem anderen Hengst. So. Da. Ja, nun meine Idee ist besser. Na ja, aber guck mal Trottel Spirit. Dann hattest du vielleicht die bessere Idee. Ja. Trottel Spirit und eine andere Stute. Gutes Prinzip. Ja, gut. Und wie belohnen wir sie? Hm, durch leckere Äpfel oder so? Ja, eine gute Idee. Da kommt Karamellwolke. Psst. Karamellwolke. Karamellwolke. Ups. Ja, wir? Du. Ist doch egal. Ach, erstmal hol ich Blossom runter. Hey Blossom, jetzt aus. Spirit, du bist ja noch neu. Du pumpst noch ein paar Minuten hier drauf. Na komm. Was häcken die sich für einen komischen Plan aus? Hoffentlich nichts Schlimmes. Okay, jetzt rannst du sofort dahin. Ach, okay. Aber wie geht das auf? Einfach rüberspringen. Hey Spirit, kennen wir uns? Nein, aber ich liebe dich. Ja, okay. Du bist echt wunderschön. Du bist so schön. Echt. Ja. Huh. Das ist aber ein fieser Plan. Was macht ihr bitte? Na, bis zu sehen.